Man müsse natürlich immer auf der Hut sein, gibt platter Bedenken. Dennoch muss darauf geachtet werden, dass die Verhältnismäßigkeit gegeben ist. Stattdessen setzt man in Tirol verstärkt auf Testen und Tracen, erklärt der Landeschef. Die südafrikanische Variante wird bisher 75 Mal identifiziert. Nur mehr fünf Betroffene gelten hier noch als aktiv positiv. Die britische Mutation wird in Tirol bisher bei 21 Personen festgestellt, wovon noch eine Person aktiv positiv sei. Es werde täglich evaluiert. Welche Auffälligkeiten es gibt, sagt Platter. Immerhin könne man auf eine gute Datenlage zurückgreifen, nachdem seit Jänner, als die ersten Mutationsfälle in Jochberg aufgetaucht waren, alle PCR-Proben sequenziert werden. In den vergangenen drei Tagen habe man sich mit Experten beraten, wobei beschlossen wurde, dass statt der Isolierung Tirols die Kontaktnachverfolgung und das Testen intensiviert werden sollen, so Platter. Dies bedeutet Massentests insbesondere im Bezirk Schwarz und Umgebung. Pro Tag sollen 50.000 Tests in Tirol durchgeführt werden und 118 Teststraßen zur Verfügung stehen, untermauerte Platter die bereits am Mittwoch genannten Vorhaben. In puncto Kontaktnachverfolgung werde das Personal aufgestockt und die Polizei eingebunden. Insgesamt sollen 600 Personen im Einsatz sein. Außerdem testen wir alle K1-Personen ohne Symptome und alle K2-Personen mit einem PCR-Test, der dann sequenziert wird, kündigte Platter an. Zudem wolle das Land bei den Sicherheits- und Hygienekonzepten in den Alters- und Pflegeheimen nachschärfen.